Ich glaube, wir können anfangen und zwar mit Mario Barth. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Man ihn mag oder nicht, ich mag seine teilweise kontroversen politischen Aussagen. Er war jetzt kürzlich bei Riverboat. Ich meine, das haben bestimmt alle gesehen, das T-Shirt, wo draufsteht, ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. Finde ich herrlich amüsant, wie die Leute dann drauf reagieren. Drei-Sekunden-Regel, die ganz neue. Wenn was runterfällt, drei Sekunden. Was ist das für ein Schwachsinn? Das gab damals, wenn man es runterfällt, drei Sekunden, dann passiert nichts. Du hast doch so viele Kinder, da kennst du es gar nicht. Wenn man es vor drei Sekunden aufhebt. Wenn das jetzt runterfällt. Ja, mach mal so. Eins, zwei, drei. Oh. Das ist ja wie neu. Ich glaube, wir kennen alle die Drei-Sekunden-Regel, oder? Ja, Drei-Sekunden-Regel kennt jeder, der auch Geschwister hat. Drei-Sekunden-Regel. Bei uns waren es damals drei Tage. Was du gefunden hast, hast du gegessen. Schatz, egal. Mario, Männer sind Frauen. Manchmal aber auch. Manchmal aber auch vielleicht. Ja. Unentschlossen? Nee, passt zur momentanen Situation. Keiner weiß ja genau, was ist noch erlaubt. Das nicht. Darf ich überhaupt nur was sagen? Ist es überhaupt noch erlaubt, hier zu sitzen? Ich weiß es nicht. Ist die Farbe grün? Ich weiß, wir wissen es nicht. Ja. Und darum habe ich irgendwann gedacht, Männer sind Frauen. Da sieht man, wie der Moderator ein bisschen schwimmt. Scheiße, was soll ich denn jetzt darauf entgegnen? Manchmal aber auch vielleicht. Du kannst ja, guck mal, in Berlin. Was könnt ihr da hinterherkommen noch? Ja, alle. In Berlin bist du am Montag Mann, Dienstag Frau, Mittwoch, Straßenschild erlaubt. Das ist in der Wunsch. Wenn dir ein Fuchs entgegenkommt, auch nicht sauer sein, nur aufpassen, dass er dir nicht beißt. Ja. In Berlin ist er so. Der Blick von der, was sagt der Blick aus? Ich glaube, sie kann es gar nicht fassen, was er da sagt. Denk mal, ich finde es auch nicht wirklich lustig. Ist schön, ne? Umso lustiger ist es für uns. Ich weiß nicht, wie es hier noch ist, aber in Berlin ist es schon speziell. Und Leipzig ist. Und das ist jetzt so, ich meine, ich sehe es ja auf deinem T-Shirt, mein Lieber. Was denn? Was denn? Das ist grün, das hat er ja gerade gesagt. Das ist grün. Was denn? Was steht da unten? Ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. Ich weiß nicht. Es ist allowed. Ich hoffe, es ist allowed. Ich finde das cool. Ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. Ich weiß nicht, früher fand ich seine, also ich habe ihn nie groß geschaut. Ich fand ihn nicht wirklich lustig. Das mit Frauen und Männern. Ja. Also ich hatte nie was gegen ihn, aber ich fand ihn halt einfach nicht so wirklich witzig. Das ist erlaubt beim Endeher. Ja, sicher. Ja, sicher. Und er hat das ganze Stadien gefüllt mit, auch mit seinem Wörterbuch Mann, Deutsch, Frau, Frau, Deutsch, war das doch, oder? Ja, hier, das fand ich schon mega lustig. Schauen wir, was da noch kommt. Ich meine, hier geht es ja noch um Gendern, Kommunikation mit Frauen, also vielleicht wieder das Gleiche wie früher. Und Männer- und Männerfreundschaften. Gender einfach nicht. Und dann, kein Scherz, und dann hat die Buki nachgehackt und gesagt, aber Herr Bartmann, wenn Sie das machen können, Sie haben auch viele junge Leute und so, dann erreichen Sie ein paar. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, wenn die Frauen dasselbe Geld verdienen wie die Männer, dann fange ich an zu gendern. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört, leider. Haben Sie sich nicht mehr gehört? Nein. Frauen und Männer. Ja, mein Thema. Dein Dauerthema. Und das ist wunderbar. Und ich muss wirklich selber an mir feststellen, wenn meine Frau sich aus der, jetzt muss ich aufpassen, mit den Etagen, also aus der ersten Etage mit mir unterhalten will. Wie viele Etagen hatten wir? Habe ich auch gerade überlegt. 300 Etagen, 12 Etagen. Wir sind prominent, wir sind international anagate Superstasen. Wir haben Riesenhäuser. Zum Beispiel, also wenn sie sich dann so meldet, dann möchte sie mir etwas sagen, sie möchte mir etwas sagen, möchte gerne mit mir sprechen und ich, also ganz vor allem, ich höre sie eigentlich nicht. Das ist, ich habe ja, also das haben wir auch alles schon, jeder kennt das, Frauen fangen ja einen Satz an und verlassen den Raum. Das ist das Interessante. Ich weiß, was er meint. Und du hörst ja als Mann immer in dem Raum, wenn sie dann vorbei, ja. Ja. Jeder kennt das. Und die ist dann total sauer. Ich finde es auch, die Männer, die da jetzt nicht lachen, weil irgendwo stimmt es ja schon, dass Frauen durch die Gegend laufen und reden. Aber die Männer, die da jetzt nicht lachen, kann es sein, dass sie irgendwie so einen Maulkorb bekommen haben von ihren Frauen. Da kommst du manchmal für mich rüber. Wenn du dann sagst, wann hast du mir das, habe ich dir doch erzählt. Und sie redet, also das machen Frauen, es ist auch psychologisch erwiesen, die reden auch am liebsten, wenn du deine elektrische Zahnbürste im Montag hast. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe eine elektrische Zahnbürste, weil ich irgendwann gemerkt habe, beim Putzen, dass auch mein Arm wackelt. Dachte ich mir, es ist besser, wenn du ruhig abfährst. Und dann brummt der ganze Schädel. Und ich höre nur. Und mein Mund ist voll Schaum, weil wir wieder eine neue Zahnpasta haben. Von sechs Millionen, die man mittlerweile aussuchen kann, bin ich der Einzige, der teilweise überfordert ist, eine Zahnpasta zu verkaufen. Und dann schäumt das und sie erwartet eine Antwort. Ich denke, was soll das? Und sie erweitert einfach nochmal. Pass jetzt, pass jetzt, pass jetzt, pass jetzt, pass jetzt, pass jetzt, dass ich das irgendwann ausspucke und sage, was willst du, ich verstehe nix. So, und das ist, Frauen kommunizieren so, auch wenn du duscht. Schon mal aufgefallen? Ach ja, wenn man duscht, dann hört man nix. Also ich weiß ja nicht, das sind nicht alle Frauen so. Ich kenne das von mir, ich bin da nicht so. Ich glaube nicht ganz so viel. Das Voke Brainwashing geht auf die Kronjuwelen und schaltet das Testosteron ab. Das kann durchaus sein. Du brauchst ja heute eine Rainshower, kannst ja nicht nur eine normale Dusche haben. Das stimmt. Brauchst du eine Rainshower, brauchst du eine Rainshower. Okay. Ja, und dann ist sie ja von, ich habe ja auch so ein Riesenhaus wie du, 8 Meter Deckelhöhe, fällt also dieser Wasserfall auf mein etwas schütteres Haar. Und es plätschert, jeder, der schon mal unter einem Wasserfall geduscht hat, kennt das. Und es plätschert, es ist einfach laut. Und sie redet in zwei Räumen weiter, Mario, in den Abmütten. Und ich denke, und ich sage, was? Ah ja, es wird kein Parameter verändert. Sie kommt nicht näher, sie wird nicht näher. Das sind aber auch so Situationen, in denen man dann, keine Ahnung, sie sagt dann irgendwann, hab ich dir doch erzählt. Und er sagt, nee, wann, als du geduscht hast. Ja, okay. Das ist dann auch, wenn er dann einfach nur Ja, Ja sagt, dass er seine Ruhe hat vielleicht. Nicht ein normaler Mann würde ernsthaft darüber nachdenken, ob seine Pronomen passen. Brauchst du nicht zum Bier holen. Ja, aber wir reden ja nicht mehr über normale Männer. Ich lauter, sie bewegt mich, den Kopf Richtung meines Ohres. Das ist, so liebe ich, aber ich liebe sie. Ich muss nicht kurz unterbrechen. Ich würde erst verstehen. Wissen, spinn wir es mal hoch. Ich würde nur sagen, mich würdest du verstehen. Ja. Weswegen? Gut artikuliert. Du gehst mir hinterher und dann weißt du, was ich sage. Das gehst mir hinterher. Suchen Männer, also ich will es jetzt nicht überhöhen irgendwie, aber suchen Männer nach einer neuen Rolle? Deine Meinung? Suchen Männer nach einer neuen Rolle? Heutzutage ist es schwierig. Es ist schwierig. Es ist nicht einfach. Ich gehöre ja zu einer Randgruppe. Ich vertrage ja auch alles. Es ist ja heute wahnsinnig schwierig, wenn man alles verträgt. Ja, dass man der Randgruppe wird immer realer. Ich meine, überall sind nur noch Flintas gesucht. Und da werden halt eben Weißer Zistbänner ausgeschlossen. Wenn du einen Kaffee bestellst als Mann in Berlin, du kennst das ja auch, in HIP, ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, so hippe Bezirke, hippe, richtig hippe Bezirke. Dann bekommt man so Pop-up- und Start-up-Geschäfte, überall Pop-Start-Pop-up-Geschäfte. Und wenn du da rein, ich komme mir alt vor, wenn du reinkommst und willst einen frisch gepressten O-Saft und es steht dann einer da, ein Mann, der länger im Badezimmer brauchte als seine Freunde, 100 Prozent, steht da und sagt, haben wir leider nur O-Saft, haben wir nur mit Ingwer und Sprosse. Oh mein Gott. O-Saft haben wir nur mit Ingwer und Sprosse. Mich schon immer voll aufgeregt hat, wenn du irgendwo hin bist und, keine Ahnung, ich habe früher so gern Fanta oder so getrunken. Es gab auch irgendwelche Läden oder Restaurants, Cafés, die haben das nicht verkauft. Das Einzige, was da irgendwie süß war, war Bionade. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Und Bionade ist so ziemlich das ekelhafteste, was es gibt, finde ich. Auch so Geschmäcker wie Rhabarber. Ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, meine Liebe zu Bionade. Und ich sage, ich möchte gar keinen Ingwer und Sprosse, ich möchte nur einen O-Saft. Da, sorry, aber da haben wir leider nur also mit Ingwer und Sprosse. Und ich sage, macht ihr den frisch? Und er sagt, ja, ich sage, dann mach doch erst mal den O-Saft und wenn du fertig bist, hörst du auf zu arbeiten. Aber das machen die, das machen die nicht. Warst du schon mal in so einem hippen Laden? Ich war mit einem Freund und Kollegen, Jürgen Vogel, war ich in einem Café. Der wohnt ja da, wo man so hip wohnt, so Mitte und so wohnt man so, weil man so hipp ist, ja. Und da waren wir im Café, wollte ich ein Karamell-Macchiato bestellen. Ist eine wahre Geschichte, habe ich in meinem Programm drinne. Wer trinkt denn Karamell-Macchiato? Bionade, Draube, Knoblauch? Klingt ja auch geil. Und ich bezweifle irgendwie, dass es das gibt. Wobei, ich würde dann alles zutrauen. Auch schon, wo ich gerade sagen, das ist ja ein Karamell und ein Macchiato, der feine Herr. Das ist ja ein hip, das ist schon voll trendy. Jetzt steht der mir gegenüber und guckt mich weiter an. Und das bewegt sich null. Und ich denke, ich habe was falsch gesagt, irgendein Trigger-Wort. Ich war vielleicht Macca Macchiato nicht, hatte schlechte Erfahrungen mit Macchiato. Ich habe vergessen, eine Trigger-Warnung vorher rauszusetzen. Ich weiß es nicht. Und dachte mir, es ist Pop-Up international, Englisch. Aber Karamell-Macchiato auf Englisch ist Karamell-Macchiato. Man sagt, man muss ein bisschen nuscheln, aber ansonsten ist es dasselbe. Und ich sage, listen to me, buddy. Und er sagt, ich habe sie verstanden, aber was für Milch wollen sie haben? Wollen sie Sojamilch, Mandelmilch? Und ich gucke den an und sage, hast du Kuh? Also ich weiß nicht. Ich habe schon Videos gesehen aus den USA, dass es das gibt, dass die halt nach der Milch fragen. Da gibt es ja Fettarme, Fettlose. Was ist das noch alles? Mandel, Soja, Kokos, keine Ahnung. Aber dass es bei uns auch schon so ein krasser Trend ist. Das war mir irgendwie nicht bewusst. Bruder. Und er war völlig überrascht. Er sagt, Sie vertragen Laktose? Und ich sage, ja. Sie vertragen Laktose? Ich sage, brauche ich das für einen Schein? Ich vertrage Laktose. Und dann sagen, ich habe wirklich nichts gegen Laktose intolerante Menschen. Aber die sagen einem ja dann immer, was sie haben. Die sagen, ey, wenn ich Laktose zu mir nehme, kriege ich ganz flüssigen Durchfall. Jetzt habe ich gerade Karamell-Macchiato bestellt. Er erzählt mir vom flüssigen Durchfall. Mir wird schlecht. Ich sage, mach den Kaffee dunkler. Ja, das ist auch so ein Thema. Alle sind gegen irgendwas allergisch. Hat jemand von euch Laktose intolerant oder was ist noch so in Gluten? Gibt ja Menschen, die das ganz krass haben. Also beides. Nicht zusammen, aber die meisten sind einfach so Trend-Setter und sagen, ja, ich habe auch Laktose. Ich habe Fettarme. Ja, sieht auch echt scheiße aus. Die Milch bitte. Und der ist auch schon alt, aber der ist immer wieder gut. Ich sage, da ist Gluten drin. Ich sage, mach einen Lüpfel Gluten mit rein. Du verdrehst Gluten. Ich sage, ich vertrage Gluten. Ich vertrage kein Gluten. Kriege starke Blähungen. Ich sage, dann schäum damit meine Milch auf. Ich brauche mein Makial. Und oben machst du Kakao. War der völlig ver... Das kann Spuren von Nüssen enthalten. Ich sage, ja, Sie vertragen Nüsse. Ich sage, mach eine Tüte Studentenfutter rein in den Kaffee. Ich vertrage alles. Und dann... Und Jürgen... Jürgen... Jürgen steht neben mir und denkt, was ist denn hier? Ich sage, ich weiß es nicht. Und dann guckt er mich an und war total überrascht, als wenn ich so... Als wenn ich gerade aus dem UFO ausgestiegen bin. Und dann sagt er, warum vertragen Sie alles? Und dann sage ich, ich bin eine andere Generation. Du bist Generation Feuchttücher. Ich nicht. Da war gerade auch noch einmal so ein Problempony im Publikum, was nicht gelacht hat. Vielleicht finden wir sie nochmal. Ich finde das natürlich nicht so lustig. Du bist Generation Feuchttücher. Ich nicht. Feuchttücher gab es bei uns nicht. Feuchttücher waren Taschentücher von der Oma, die seit... Seit sechs... Die haben reingespuckt. Diese alte Spucke auf so einem Taschentuch. In der Handtasche, wo auch schon Kekse und ein bisschen Zucker dran waren. Alles drin. Weil Oma hat alles eingepackt im Kaffee. Zucker. Nimm die nicht. Wer weiß. Meine Oma, ich habe sie sehr geniebt. Alles. Und dann hat die so reingerotzt. Und dieser bittere... Auch diese Drei-Sekunden-Regel, die ganz neue... Wenn was runterfällt, drei Sekunden... Was ist das für ein Schwachsinn? Das gab damals... Drei Sekunden warten. Wenn was runterfällt, drei Sekunden... Das kenne ich nicht. Dann passiert nichts. Du hast doch so viele Kinder, da kennst du es gar nicht. Die Drei Sekunden-Regel. Wenn man es vor drei Sekunden... Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen, Regel Nummer eins. Wenn es sich bewegt, kannst du es essen. Zum Beispiel, was war das Lustigste, was du da gegessen hast? Ja, ich verstehe die Frauen mit diesem geraden Pony nicht. Das sieht nicht schön aus. Welcher Mann mag das? Welche Frau mag das? Absolut nicht nachvollziehbar. Wenn das jetzt runterfällt... Ja, mach mal so. Eins, zwei, drei. Oh. Das ist ja wie neu. Das ist Drei-Sekunden-Regel. Bei uns waren es damals drei Tage. Was du gefunden hast, hast du gegessen. Schatz, egal. Mario, du musst vorsichtig sein. Warum? Wir müssen gar nicht mehr in deine Show gehen. Das ist alles Wahnsinn. Ich werde immer wieder gefragt... Ich finde es faszinierend, dass ihn da jetzt keiner unabhängig hat. Also ich denke, ihn hat keiner unterbrochen und es ist nicht so hingeschränkt. Bremsen? Nein! Mario, wie schreibst du denn Nummern? Ich sage, ich schreibe gar keine Nummern. Ich gehe raus. Es ist irre, was da draußen abläuft. Es ist irre. Du hattest ja vorhin bei der Ankündigung, ich habe hier ein Kochbuch gemacht, habe ich Königsberger Klopse geschrieben. Kriege ich sofort ein Schreiben von, wir haben so viele Leute im Internet. Wir haben ja so Polizisten im Internet, Internetpolizei. Ja, ja. Das waren ja, wir denken ja, die Idioten werden mehr. Stimmt ja nicht. Wir hatten ja schon immer so viel Blöde. Das ist überhaupt nicht schlimm. Nein! Ich meine, denkt doch bitte alle an eure Schulklasse. Da gab es doch Minimum einen Doofen in der Klasse, oder nicht? Ja. Überleg mal. Ja, das stimmt auch. Es gab immer einen, der hat den Schnitt bis dann nach unten gezogen. Überleg mal, wie viel Schulklasse in den letzten 50 Jahren es gab in ganz Deutschland, wie viel Doofe da draußen rumlaufen. Und die haben alle Internet und heißen heute Black Mamba 96. Und die haben alle Internet und heißen heute Black Mamba 96 oder so. Das sind so viele Typen. Das Sakratankind. Ich weiß nicht, ich hatte einen in der Klasse, der hat in Kunst, also der hat irgendwie immer so komisch genießt, ohne sich halt die Hand vor den Mund zu halten oder so. Und er hat in Kunst immer auf seine Bilder genießt. Ich fand das so ekelhaft. Ich finde es heute zwar noch lustig, aber echt ekelhaft. Und die schreien dann. Das ist irgendeiner. Äh, Männerfreundschaften. Ja. Du hast ihn gerade erwähnt, Jürgen Vogel. Der hat dir mal eine SMS geschickt, die du nicht kommunizieren konntest, zu deiner Freundin, Frau auch immer, welches das Wesen ist. Na, pass auf. Meine Freunde. Die gibt's ja wirklich. Es ist, ich schreibe, ich werde immer gefragt, wie lange machst du denn das noch? Noch? Wie lange machst du denn das noch? Mann, Frau, Mann, Frau, wie lange machst du denn das noch? Dann sag ich, naja, solange Männer Frauen, wenn wir irgendwann Planete Affen, dann hören wir auf damit. Aber Mann, Frau, Mann, Frau, solange es hier gibt, sag ich so. Und es geht ja auch nie zu Ende. Dann habe ich gedacht, nach dem Programm ist vorbei. Hab alles erzählt. Und dann passiert etwas, ich krieg eine SMS, halt auch schon im Fernsehen erzählt, überall. Wie beim Jürgen Vogel, kriegt eine SMS, Kind da. Reicht eigentlich, ja? Kind da. Sagt zu meiner Freundin, Kind ist da. Freundin sagt, wie schwer. Und ich sag, was? Wer? Die Geburt? Nein, das Kind. Da sag ich, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was Kind ist. Ja, junge Mädchen. Ich sag, Alter, ich hab eine SMS gekriegt. Kind da. Kind da. Ja, gut, das sind die Prioritäten zwischen Mann und Frau. Es gibt aber mit Sicherheit auch Männer, die sich dafür interessieren, wie schwer das Kind ist, oder? Oder ist das auch so ein Frauending? Wie? Also, du bist grad Vater, bist in der Klinik, da schreibst du nicht, Kind ist da, es ist 1,12 Meter. Ach. Ach. Doch, ich hab immer von meinen Freundinnen ein Bild bekommen, wo dann auch drauf stehen Name, wann geboren und wie viel Uhr, wie schwer, wie groß, keine Ahnung. Ich dachte, das ist normal. Achtkurix. 38 Kilo und spricht bereits Spanisch, ist das ein tolles Kind, ich hab ein hochintelligentes Kind. Kind da. Und du als Mann, das ist ja das geile, Männer, ich frage auch nicht nach und meine Freundin verzweifelt, weil ich nicht nachfrage. Beste war, ein Freund von mir hat sich getrennt, krieg die SMS, habe mich von Heike getrennt. Sage zu meiner. Ja, ich glaube auch, dass Männer da ein bisschen, wie nennt man das, effizienter in solchen Dingen sind. Also ich mein, ne SMS mit Kind, da reicht ja völlig aus. Die Information wurde überbracht. Brauchst jetzt nicht hier 5 Seiten WhatsApp-Nachricht, das stimmt schon. Meiner Freundin, Carsten hat sich von Heike getrennt. Also die haben eine SMS von Carsten gekriegt, hat sich von Heike getrennt. Warum? Warum haben die sich getrennt? Sag ich, ich hab keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich hab die SMS gekriegt von Carsten, Heike und ich haben uns getrennt. Echt? Hat er sie betrogen? Ich sag, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ob er sie betrogen hat. Aber gut, bei einer Trennung interessiert mich dann schon, was da war. Aber das will man doch auch nicht in der SMS oder in der Nachricht allgemein schreiben. Nicht mal am Telefon, das hat man sich eigentlich persönlich erzählen, oder? Dann hat er sie betrogen. Dann hat er sie betrogen. Dann hat er sie betrogen. Auch geile Kombinationen. Dann hat er sie betrogen. Sag ich, ich weiß, Schatz, ich weiß es doch gar nicht. Aber wenn er sie betrogen hat, kriegt sie dann ins Haus. Dann sag ich, ich weiß nicht, ob sie ins Haus kriegt. Ich sage, ich habe eine SMS bekommen von Carsten, ich und Heike haben uns getrennt. Da steht da drin. Und es war so, dass sie mich irgendwann anbrüllt hat und hat gedacht, was weißt du überhaupt? Und ich sage, ich habe eine SMS bekommen. Da steht drin, ich und Heike haben uns getrennt. Wo soll ich die Antworten hernehmen? Wir drehen es mal um. Ja. Nicht Trennung, sondern Hochzeit. Du warst ... Ich war ganz schwer jetzt gerade. Was ist mit ... Irre, hier hörst du nichts? Du willst ja auch irgendwann mal. Du musst doch mal unter die Haube, Junge. Du bist ja im besten Alter. Man hört hier nichts. Der Tod ... Oh, jetzt ist ja die Petzel noch runtergeschoben. Das ist die Britte, Röger. 21, 22, 23 ... Das war's. So, was haben wir gelernt? Ich dachte eigentlich, da kommt mehr was gendern und er nimmt sein Publikum da so ein bisschen mit und ärgert die Mitanwesenden. Dann kam es leider nichts mehr. Schade. Wurden wir richtig schön angeteasert und dann kam nichts dabei rum. War toll.